Nunmehr zum Top 10 Programmprozess. Dafür bitte ich Dr. Anis Weidel. Liebe Parteifreunde, kürzlich fragte mich ein Bekannter, ob das alles den Preis wert sei. Die vielen Stunden ehrenamtlich, die Ablehnung, der Reputationsverlust und teilweise sogar die Angst um das eigene Leben. Und das alles, wo wir, die AfD, doch nur so eine kleine Gruppe zu sein scheint. Margaret Mead hat einmal gesagt, man sollte nie, niemals dem Glauben verfallen, eine kleine Gruppe ideenreicher, engagierter Leute könnte die Welt nicht verändern. Tatsächlich wurde sie nie durch etwas anderes verändert. Und wenn ich mich heute hier umschaue, dann erfüllt es mich mit Stolz. Es erfüllt mich mit Stolz, uns alle hier zu sehen. Unser grenzenloses Engagement, unsere Leidenschaft, mit der wir für unsere Meinung und unsere Partei einstehen. Ich bin stolz, mit Ihnen gemeinsam für eine bessere Zukunft kämpfen zu dürfen. Liebe Parteifreunde, ich bin nicht länger bereit, tatenlos zuzusehen, wie die Politik durch inhaltlose, durchhalte Parolen besticht, anstatt Lösungen, konstruktive Lösungen in einem fairen Diskurs zu unterbreiten. Wir brauchen endlich wieder eine Politik, die sich auf unsere Werte besinnt. Wir brauchen Politik von Bürgern zu Bürgern. Lassen Sie uns also die Stimme der Vernunft sein in einem Klima, in einer Politik der Unvernunft. Es ist unabdingbar, dass wir als AfD den Bürgern eine ganz klare Positionierung nehmen. Die Bürger müssen wissen, wofür wir stehen. Erst dann können wir sie als Wähler noch besser erreichen. Und nur eine Partei mit einem starken Profil kann es schaffen, die etablierten Parteien vom Thron zu werfen. Darum bin ich froh, dass wir bereits in wenigen Tagen die ersten abgeschlossenen Teile des Bundesprogrammes zu den Themen Asyl, Euro, Familien und Außenpolitik unseren Mitgliedern endlich zur Abstimmung geben können. So können wir bereits vor Weihnachten die ersten Auswertungen vorlegen. Da sehen Sie übrigens nochmal den Zeitschalen der Mitgliederbesragung. Und dann eben auch nach der Tagung der Bundesprogrammkommission im Januar, also dem zweiten Teil der Mitgliederbesragung, können wir dann endlich den Programmparteitag Ende April bestreiten und unser Bundesprogramm endlich beschließen. Gerade, das ist mir ganz wichtig, diejenigen von Ihnen, die mich schon näher kennen, das ist mir ganz wichtig. Gerade als basisdemokratische Partei ist es wichtig, dass wir allen unseren Mitgliedern nun endlich die Programmenwürfe vorlegen und sie endlich auch mit einbeziehen. Unsere Mitglieder haben lang genug gewartet. Und darum ist das jetzt so wichtig. Mit Hinblick darauf bedanke ich mich ganz besonders auch bei allen Beteiligten der Bundesprogrammkommission und der Landes- und Bundesfachasschüsse. Ohne Ihre unablässige Arbeit am Parteiprogramm wäre dies alles überhaupt gar nicht möglich. Vielen Dank. Lassen Sie mich noch einmal zu meinem Bekannten zurückkommen, der mich fragte, ob das alles dem Preis wert sei. Ja, es tut weh, Freunde zu verlieren. Es tut sogar sehr weh. Nur weil man sich für etwas einsetzt. Aber wenn das der Preis ist, den wir zahlen müssen, für uns, für unsere Kinder, in einem freien Land zu leben, in einer sicheren Zukunft, in dem es noch echte Demokratie gibt, dann ist es das wert. Applaus Dankeschön, Frau Waldi. Dankeschön, Frau Waldi. Jetzt habe ich noch...